Villen in Flammen an der Küste des US-Bundesstaats Kalifornien. Dort hat ein Buschfeuer in einer noblen Wohngegend etliche Häuser zerstört. Hunderte Menschen mussten sich in Sicherheit bringen. Starke Winde machten es den Feuerwehrleuten schwer, gegen die Flammen zu kämpfen. Im Südwesten der USA gibt es seit Wochen größere Feuer, begünstigt durch die anhaltende Trockenheit in der Region. Wir kommen zu unserem Wetter. Da gibt es Regen, Sonne eher in der Mitte Deutschlands. Hier sind die Aussichten. In der Nacht im Süden, gebietsweise Schauer und Gewitter, an der Nordsee gegen Morgen einzelne Schauer. Am Tag ist es im Norden windig mit dichten Wolken und ein paar Schauern. Südlich der Donau entladen sich zu den Schauern einzelne kräftige Gewitter. Das ist im Norden, gebietsweise Schauer.